ja ja er ist total schön Oh, er muss einfach tollen Die ist von Gola. Oh, Gola. Ja. Und wenn wir uns nicht beheben, dann fangen wir an die Ferien an. Und dann fangen wir an die Ferien an. Ich schaue mir die. Es ist ein Teil der Hand. Wow. Hast du deine Verbindung? Hold on, wir müssen es eh ans Ende. Nein, nein, das ist die Flamsbahner. 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 Ja. Ah, spitzmäßig der Weg da unten. Ja, die erste Steilkurve geschafft mit dem Carbon. Da sagt mal einer, mit dem Carbon kommst du nicht um die Kurve. Ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Hey Paul, was ist los? Oh, verrückter Kerl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, ist aber nochmal ein bisschen spitz, finde ich hier. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt kommen die Fliegenfarben hier. Komm mal hier. Komm, wir machen mal ein Foto mit Zäge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Ja, das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist jetzt nichts löst. Tschüss ihr Ziegen! Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kominion fassen wir ein bisschen auf die geschwindigkeit auf von hinten kommt ein herzlicher meute fahrradfahrer paul am ersten mal sind wir glaube ich zu dem messerfall gewandert vorsicht auf 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 Tja, da haben wir irgendwie... Ja, da haben wir... Oha! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin da, ich bin da. Musik Paul, das war gerade auf der anderen Seite, der Blick in Style. Das haben wir jetzt einmal 180 Grad gedreht. Das war gerade auf der anderen Seite. Das ist sehr viel, das haben wir ja auch gemacht. Komm, hier rein.